Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu Tommysowash zu einer weiteren Folge zu Glitch Reloaded. Diesmal der sechste Teil befindet sich an diesem Ort der Karte. Ist eigentlich relativ nice da rein zu kommen. Kinder leicht. So, ihr müsst zuerst auf diesen Sonnenschirm klettern. Habt ihr das dann nun gemacht. Müsste ganz vorsichtig auf die Wand zulaufen und vorsichtig reinspringen, aber nicht so wie ich. Er muss da erstmal natürlich sein Fallschirm ablegen. Ja nun, leg ab. Die EM ist vorbei. Okay, so, auf jeden Fall einfach so wie ich da reinklettern. X drücken oder Viereck, je nachdem auf welche Konsole ihr spielt. Und dann geht ihr in die Ego-Perspektive und geht ganz vorsichtig auf diese Plattform, die da ist. So, und dann seid ihr hier drin, dann könnt ihr hier rausschießen. Richtig nice. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Glitch, Leute. Ja, und ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen, weil das Video ein wenig zu kurz geraten ist. Und zwar, gestern habe ich ja Glitch Reloaded Teil 5 hochgeladen, Leute. So, und dann schrieb der Johann Fischer, erster, ich so, zweiter. Er so, hihi, Tommy, du bist mein Lieblings-YouTuber und bist cool. Leute, sowas freut mich richtig, wenn ich solche Kommentare höre, ne. Dann gibt es mir Kraft, immer wieder weiterzumachen, Leute. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ihr seid und bleibt die Besten. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr lasst ein Like da und wünsche euch einen hammergelen Tag. Und bin mal wieder raus und sage ciao, euer Tommy Sobatsch. Peace.